Herzlich willkommen meine Freunde zu einer neuen Folge von Marvel Strikeforce und ihr seht schon, wir befinden uns im Block. Die letzte Folge war ja ein mehr oder weniger spontanes Orb Opening, obwohl ich eigentlich gar keine Zeit hatte überhaupt ein Video aufzunehmen. Aber es ist ja schon einmal ausgefallen, deswegen habe ich mich zu dem Orb Opening hinreißen lassen. Aber wir haben natürlich ein bisschen was verpasst. Und Red Hulk, ihr seht ihn schon, das ist einer, den wir verpasst haben. Und wir haben noch einen Blog-Eintrag bekommen, auf den wir dann auch noch eingehen. Das heißt, heute gibt es sehr, sehr viele Charaktere und Charakter-Checks, die mal wieder anstehen. Und mit Red Hulk, weil das der älteste quasi ist, wollen wir anfangen. Und er ist natürlich einer von den Reitern. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Reiter das war. Ich glaube, der Kriegsreiter. Ist das richtig? Okay, ich will jetzt mal hier kurz überfliegen. Schlagfälle, blablabla, blablabla. Red Hulk wird wütend. Hat der überhaupt eine Lore? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der überhaupt eine richtige Lore hat. Schlussendlich, blablabla. Ja, der hat auch eine Lore. Aber auf die will ich gar nicht großartig eingehen. Lese ich mir vielleicht irgendwann noch durch. Aber jetzt erstmal nicht. Denn mit Red Hulk, ich weiß gar nicht, ob das hier steht, sollte eigentlich diese Fähigkeit kommen, dass man, ähm, ja, so eine Spielfeldfähigkeit... Wo steht das denn? Gibt's das nicht? Doch, hier. Da, Schlachtfeldeffekt. Das soll mit Red Hulk kommen. Moment, wir können ja mal kurz diesen Abschnitt, können wir uns ja mal kurz angucken. Genau, bei den Schlachtfeldeffekten handelt es sich um eine neue Fähigkeitenmechanik, die mit Red Hulk eingeführt wird. Genau, darauf wollte ich hinaus. Das wird nochmal sehr viel neuen Schwung in dieses Spiel bringen. Da gehe ich mal stark von aus. Ähm, sie werden auf eine bestimmte Seite des Schlachtfeldes, ähm, auf die der Feind oder des Spielers, also je nachdem, ne, Gamma könnte natürlich auch für alle zählen. Auf beiden Seiten. Aber, naja, so weit sind wir noch nicht. So, angewendet. Und dauern bis zum Ende des Kampfes. Also diese Schlachtfeldeffähigkeiten oder Effekte sind den ganzen Kampf über aktiv. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es irgendwann eine Fähigkeit gibt, die diesen Schlachtfeldeffekt deaktiviert. Aber noch sind wir ganz am Anfang bei dieser Fähigkeit. Der Schlachtfeldeffekt von Red Hulk Gamma-Strahlung wird auf die feindliche Seite des Kampfes angewendet und sorgt dafür, dass die Feinde während ihrer Runden angegriffen werden und drei Stapel von Blutung erhalten. Also, diese Gamma-Strahlung heißt, jedes Mal, wenn der Gegner dran ist, ich weiß nicht, ob es nur für Red Hulk gilt, aber irgendjemand aus eurem Team greift das gegnerische Team an, beziehungsweise den, der gerade am Zug ist. Das heißt, mit jedem Zug kriegt er erstmal einen vor den Tabernakel gekloppt. Sehr schön. Ist ein bisschen, weil es nur diesen einen Effekt dann geben wird mit Red Hulk, ist er natürlich sehr übermächtig. Und andere Teams werden da wahrscheinlich ein bisschen in die Röhre gucken, kann ich mir vorstellen, weil es halt nur diesen einen Effekt mit nur diesem einen Charakter gibt und einen richtigen Konter dafür gibt es ja auch nicht. Also stelle ich mir schon sehr hart vor und ein Stapel von drei Blutungen, die dann jeder Feind während der Runde bekommt, ist halt auch ganz schön heftig und den kriegt er ja immer, oder? Also immer, wenn der, wenn jetzt, keine Ahnung, sagen wir Wolverine ist gerade dran, Wolverine fällt mir ein, weil ich ihn aus den Orbs haben will, also raus haben will. Wolverine greift an, dann kriegt er erstmal eine verkloppt und dreimal Blutung. Und dann greift Wolverine irgendwann ja wieder an, kriegt wieder eine, eine reingehauen automatisch und kriegt nochmal drei Blutung. Und so, das gilt halt für das ganze Team, das ist ja mega extrem und ich bin mir sicher, dass Teams, die mit Blutung arbeiten oder durch Blutung mehr Schaden machen oder sowas, dass die von dem Red Hulk dann auch nochmal profitieren und wir da schon bestimmt die ein oder andere wilde Zusammenstellung bekommen könnten. Seine Merkmale sind Held, Global, Bio, Nahkampf, Gamma, Reiter und Legendär. Also einige schöne Merkmale. Sehr schön finde ich, dass hier mal nicht Mutant oder X-Man bei ist. Davon habe ich nämlich genug in letzter Zeit gesehen. Kommen wir zu seinen Fähigkeiten. Jetzt muss er natürlich, also Red Hulk, der muss halt, der muss halt reinhauen, oder? Der muss halt richtig böse Schaden machen. Greift das Primärziel an mit seiner Feuerfaust. Ja, das ist seine Standardfähigkeit. Fügt ihm 275% Schaden zu und wandelt einen positiven Effekt in einen negativen Effekt um. Wiederholt diesen Angriff ein weiteres Mal. Wiederholt diesen Angriff in Krieg stattdessen zwei weitere Male. Das heißt, mit dieser Standardaktion, die er sowieso einmal wiederholt, ja, machen wir 550, habe ich mich verrechnet? Nein. Machen wir 550% Schaden und im Krieg machen wir einfach nochmal 275% mehr Schaden. Aber nur im Krieg. Das ist halt gewaltig im Krieg. Aber es ist halt auch schon gewaltig für eine Standardfähigkeit. Ist das aber, also, ich glaube, ich kenne keine Standardfähigkeit. Korrigiert mich bitte. Und Icarus zählt jetzt gerade nicht. Ja, Icarus lasse ich nicht gelten. Der greift ja, keine Ahnung, fünfmal an oder so. Aber ich kenne keine Standardfähigkeit Instant, die mir einfällt, die stärkeren Schaden verursacht. Und auch noch einen positiven Effekt umwandelt. Wie gesagt, Icarus weiß ich jetzt gerade nicht, wie viel Schaden der macht. Und er wiederholt ja, wenn Cersei auf dem Feld ist, glaube ich, macht er auch vier Angriffe plus einen Angriff von Cersei. Also, das ist schon extrem übel. Aber Red Hulk, das ist schon nah am Maximum. Wenn dieser Charakter einen Konter oder Assist ausführt und über fünf oder mehr Aufladungen verfügt, werden der Schaden des Konters oder Assists um 100% erhöht und ein zusätzlicher positiver Effekt wird in einen negativen Effekt umgewandelt. Also, wenn er noch genug Aufladung hat, dann werden die Angriffe nochmal 100% mehr Schaden ausrichten. Das ist heftig. Also, für die Standardaktion kann man eigentlich schon mal Standing Ovations geben. Das ist sehr, sehr hart. Ja, ich will ihn haben. Ich will ihn jetzt schon haben und ich kenne nur seine Standardfähigkeit. Spezialfähigkeit? Straßenprügel. Kostet euch drei Energie? Ist nicht sonderlich viel, außer sie ändern das wieder. Ne, haben sie ja schon mal bei, bei wem haben sie es nochmal gemacht? Bei Rogue, glaube ich. Da war nämlich auch hier was Falsches im Block. Und das wurde dann angepasst, weil sie sonst wirklich overpowered wäre. Ich hoffe, sie passen das jetzt hier nicht an, sondern das stimmt alles. Entfernt Barriere vom Primärziel und benachbarten Zielen. Sehr geil. Also, erstmal schön Barriere wegmachen. Und da steht ja nicht, dass man nur ein bisschen Barriere entfernt, sondern, dass die komplette Barriere entfernt wird. Greift das Primärziel und benachbarte Ziele an. Fügt ihnen 350% Schaden zu. Wendet für zwei Runden Minus Offensive an und verkürzt die Tempoleiste um 10%. Entfernt einmalige Wiederbelebung vom Primärziel. Ja, also, das ist natürlich auch Zucker. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel gegen einen Icarus, der sich, äh, ah ne, Icarus heilt sich nur, ne, der belebt sich nicht wieder. Aber gegen einen Adam Warlock zum Beispiel oder eine Gamora. Überhaupt gegen die ganze Infinity Watch. Ist das schon, ähm, ganz geil, wenn die sich eben nicht wiederbeleben können. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ähm, wiederholt diesen Angriff in Krieg stattdessen zwei weitere Male. Äh, achso, ich hab eins übersprungen. Wiederholt diesen Angriff ein weiteres Mal und im Krieg zweimal. Also, es heißt ja nicht umsonst das Kriegsreiter-Team. Und das ist, äh, jetzt natürlich auch auf den Krieg absolut zugeschnitten. Und, ja, wenn er den dreimal macht, macht er über tausend Prozent Schaden mit diesem Angriff im Krieg. Also, ne, tausendfünfzig Prozent müssten das sein, die er Schaden macht. Und zwar auf das Primärziel und die benachbarten Ziele. Das heißt, so drei Leute bekommen tausendfünfzig Prozent Schaden und der braucht halt nur drei Energie. Energie ist also relativ schnell wiederverfügbar. Heftig. Absolut heftig. Ich glaube, Red Hulk wird ein Biest. So, seine alte Mitfähigkeit. Energiekosten 0 bis 8. Oder 0 von 8. Was soll denn das heißen, 0 von 8? Ja, kostet das jetzt 8 oder kostet das jetzt 0? Ich geh mal davon aus, dass es 8 sind und der gute Herr, der das geschrieben hat, sich wahrscheinlich verdrückt hat. Aber, gucken wir mal, greift alle Feinde an, fügt ihnen vierhundertfünfzig Prozent Schaden zu und wandelt alle positiven Effekte in negative Effekte um. Wendet auf alle Feinde für zwei Runden Trauma und für zwei Runden Heilblockade an, erhöht den Fokus für diesen Angriff um plus fünfhundert Prozent. Dieser Angriff ignoriert plus Defensive, kann nicht geblockt werden und ist unausweichlich. Also, dass er auch noch plus Defensive ignoriert, ist ja fast schon eine Frechheit. Aber geil. So, dann entfernt alle Schlachtfeldeffekte auf der feindlichen Seite und wendet den Schlachtfeldeffekt Gamma-Strahlung auf die feindliche Seite an. Hier haben wir es sogar schon. Hier haben wir es sogar schon. Entfernt alle Schlachtfeldeffekte. Also, auch schon mal für künftige Schlachtfeldeffekte ein Konter. Obwohl es bis jetzt noch gar keine anderen gibt, ist mit Red Hulk bereits jemand da, der ein Schlachtfeldeffekt kontern kann und in Gamma-Strahlung umwandeln kann. Geil. Also, haben sie gleich den Konter mitgeliefert, finde ich gut. Allerdings ist es bei einem Mirror-Match, also Red Hulk gegen Red Hulk, eigentlich kann man da den Red Hulk mit dem Red Hulk auskontern. Machen wir mal, wenn es eine Überlegung wert ist. Gamma-Strahlung kommt dann jetzt hier. Greift während der Runde eines Feindes diesen Feind an, fügt ihm 250% Durchdringungsschaden zu und löst dreimal Blutung aus. Angriffe, die durch diesen Schlachtfeldeffekt ausgelöst werden, sind unvermeidbar. Dieser Schlachtfeldeffekt bleibt so lange bestehen, bis er entfernt wird oder der Kampf endet. Also wird es die Fähigkeiten geben, Schlachtfeldeffekte zu entfernen. Das ist auch gut so. Es ist auch gut so, dass man dann nicht darauf hängen bleibt. Und man löst mit der Alte-Mit-Fähigkeit diesen Schlachtfeldeffekt erst aus. Soweit ich das verstanden habe. Aber wir müssen noch die passive Fähigkeit abwarten, vielleicht steht da noch irgendwas drin. Nämlich, achso, was war das überhaupt? Meteoriteneinschlag. So heißt seine Alte-Mit-Fähigkeit. Wutausbruch, seine passive Fähigkeit. Entfernt beim Erscheinen Aufladung, wenn Aufladung aktiv ist. Erhält beim Erscheinen Schutz und Immunität, wenn Hulk ein Verbündeter ist. Sehr gut. Sehr schöne Synergie. Heilt sich selbst während der eigenen Runde um 20% der maximalen Lebenspunkte dieses Charakters. Er hält am Ende jeder Runde 7 Fähigkeiten Energie. Und füllt die Tempoleiste dieses Charakters um 50%, wenn er über 5 oder mehr Aufladungen verfügt. Dieser Effekt wird nur einmal pro Kampf ausgelöst. Ist auch okay, bei 5 Aufladungen kriegt er einfach 7 Fähigkeiten Energie. Das heißt, ihr könnt nicht nur mit großer Wahrscheinlichkeit eure Alte mitzünden, sondern auch seine Spezialfähigkeit direkt hinterher schießen, die auch mal eben über 1000% Schaden macht. und Area of Effect ist. Was soll man dazu sagen? Das ist heavy. Sehr, sehr heavy. Aber wenigstens nur einmal pro Kampf. Er hält einmal Aufladung bis zu einem Maximum von 5, wenn ein Feind diesen Charakter angreift. Also, am besten nicht Red Hulk angreifen, würde ich sagen. Aber man muss ihn ja auch irgendwie vom Feld bekommen, weil er ja auch, wenn er ihn nicht angreift, eine extreme Gefahr ist. So, das ist schon, das ist schon richtig mies. Das ist schon, man ist dann in so einem Zwiespalt nicht cool. Nicht cool. Erhöht den Fokus um plus 60%. Erhöht den Fokus von Gamma Verbündeten um 60%. Erhöht das Tempo für jede Aufladung um plus 10%. Die Blockchance um 20%. Und die Chance auf ein Konter um 20%. Und dann im Krieg. Füllt die Tempoleiste beim Erscheinen um 10% plus 10% für jeden Gamma Verbündeten. Also, direkt mal 50%. In der Regel, würde ich einfach mal sagen. Er hält einmal Aufladung bis zu einem Maximum von 5, wenn dieser Charakter 3 oder mehr Gamma Verbündete an seiner Seite hat. Und von einem Feind angegriffen wird. Er hält plus eine Aufladung bis zu einem Maximum von 5, wenn ein Feind einen Gamma Verbündeten angreift. Also, hier muss, also im Krieg muss nicht mal er selbst angegriffen werden. Sondern, man kann auch jemand anderen angreifen. Er bekommt trotzdem seine Aufladung. Also, im Krieg ist jedes Taktieren sowieso hinfällig. Er erhöht die Schadensreduktion um plus 50%. Er erhöht die Schadensreduktion für Gamma Verbündete um 50%. Er erhöht den Widerstand von sich selbst und Gamma Verbündeten auch um 50%. Und dieser Charakter und Gamma Verbündete können weder plus Defensive, äh, noch geringe plus Defensive erhalten. Hä, okay. Moment. Dieser Charakter und Gamma Verbündete können weder plus Defensive, noch geringe plus Defensive erhalten. Was ist denn geringe plus Defensive? Ist es auch ein neuer Effekt? Habe ich was nicht mitbekommen? Anscheinend. Geringe plus Defensive. Okay, also es gibt keine plus Defensive im Krieg für unser Team. Ist ein kleiner Malus. Aber fällt das wirklich schwer ins Gewicht? Ich glaube nicht. Weil ich glaube, dass zum Beispiel Hulk, Red Hulk und auch die anderen Gamma Kämpfer, ich glaube einfach nicht, dass die, ähm, das sind alles auch Tanks. So, also die werden sowieso schon extrem viel aushalten. Ich glaube nicht, dass plus Defensive oder geringe Defensive da großartig, dass das ein Handicap oder so ist. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Red Hulk ist wirklich ein Biest. Ein Must-Have. Ich will ihn haben. Sofort. Sofort. Also, ich fand, also ich finde alle Reiter sind extrem stark. Morgan Lefay ist überragend gut. Ähm, Rogue ist überragend gut. Red Hulk ist überragend gut. Dieses Reiter-Team wird ja irgendwann zusammen mit Apocalypse auch nochmal ein übergeordnetes Team bilden. Wie krank muss denn dieses Team dann sein? Das wird das Nonplusultra werden. Und, äh, Red Hulk wird da eine gewichtige Rolle spielen. Ansonsten hat hier, das ist halt ein alter Block, ne? Da müssen wir jetzt auf das ganze andere Zeug gehen wir sowieso nicht ein. Aber müssen wir auch nicht. Weil das ein alter Hut ist. Und den machen wir jetzt weg. Und dann kommen wir zum neuen Hut. Und da sehen wir schon ein paar Spinnen. Und auch das habe ich mir schon ein bisschen angeguckt. Auch hier gehe ich jetzt nicht großartig auf die Lore ein. Weil das Video würde sonst wirklich jeden Rahmen sprengen. Wenn wir hier vier Charaktere uns komplett durchlesen. Aber wir bekommen ein verheddert Team. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie es im Englischen heißt. Ähm, wir bekommen auf jeden Fall noch ein Spinnenteam. Ja, wir haben auch, wir haben ja schon Spider-Verse. Und was weiß ich alles. Wir haben die Symbionten, die ja auch so ein bisschen im Spider-Universum spielen. Und wir haben jede Menge Spider-Man-Charaktere aktuell. Ja, wir haben Spider-Woman reinbekommen. Wir haben Miles. Wir haben so, oh, jetzt gewittert es gerade draußen. Ihr hört es nicht. Aber ich habe gerade einen bösen Blitz gesehen. Beziehungsweise wie so ein Foto. Und ich höre ein lautes Grummeln. Und ich freue mich sehr, solange der Blitz hier nicht einschlägt und mir die Aufnahme versaut. Und auch sonstige Elektrogeräte zerstört. Freue ich mich sehr über Regen. Weil ich, ähm, irgendwann sterbe ich an dieser Hitze. So. Wir waren beim verheddert Team. Das wird ein neues Team. Ich weiß gar nicht, wer alles da drin sein wird. Aber es gibt schon mal drei Charaktere. Ähm, drei neue Charaktere. Einmal ist es hier, der sieht auch geil aus. Also, Spider-Noir ist hier der Mann mit der, was ist das? Eine Tommy Gun, die er da hält. Schön aus den, keine Ahnung, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, 60ern? 50ern? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr alt. Sehr cool. Und auch ein stylisches Outfit. Ich glaube, von den Outfits finde ich Dale am geilsten. Aber, sind wir mal ehrlich, es ist auch ein bisschen unkreativ. Weil eigentlich sind das hier genauso wie Spider-Man 2099. Oder habe ich mich vertan? Kurz mal gucken. Ne, 2099. Das ist der Gute hier. Ähm, es ist halt auch nur ein Kostüm für Spider-Man. Hier sind das eigenständige Charaktere. Aber eigentlich sind das nur Kostüme für Spider-Man. Außer Spider-Weaver. Das ist die hier in der Mitte. Das ist ein eigener Charakter, den es nur bei Marvel Strikeforce gibt. Und das müsste dann auch der dritte sein. Wenn ich es richtig gelesen habe. Der dritte Charakter, der exklusiv nur für Strikeforce entworfen wurde. In Zusammenarbeit natürlich mit Marvel und dem ganzen Team dahinter. Damit die das machen dürfen. Und wer weiß, vielleicht sieht man irgendwann diese Charaktere auch mal in einem Film oder so. Ja, ist ja nicht ausgeschlossen. Die sind ja nun mal im Marvel-Universum. Also könnten sie auch auftauchen. Aber wir wollen beginnen mit Spider-Weaver. Ihre Merkmale hält global mystisch Schutz Spider-Verse und verheddert. Ja, sie ist aber auch Spider-Verse. Also dieses Merkmal ist gar nicht so unwichtig. Weil man vielleicht ein bisschen rumkombinieren kann. Ich meine aber auch, dass Spider-Woman mit zu dem verhedderten Team gehört. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, Spider-Woman gehört dazu. Und war es Spider-Gwen? Nee, Spider-Gwen gehört zu den, zu den, zu den, zu den Netzkriegern. Genau. Es gibt ja auch noch die Netzkrieger, habe ich fast vergessen. Also da haben wir auch noch einige aus dem Spider-Universum. Aber ich glaube, Spider-Woman gehört nicht zu den Netzkriegern, sondern zum verheddert Team. Aber es ist wirklich alles sehr verheddert, was die ganzen Spinnencharaktere angeht. Aber ich meine, Spider-Woman gehört dazu. Spider-Weaver, ihre Standardfähigkeit. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir das nicht durchgelesen. Und bin gespannt, was dieser exklusive Charakter denn so zu bieten hat. So, Standardfähigkeit, ästhetischer Schlag. Oha, wir haben es mit einer Künstlerin zu tun. Greift das Primärziel an, fügt ihm 225% Schaden zu. Wenn dieser Charakter über 25% seiner Lebenspunkte oder mehr verfügt, dann kommt folgendes zur Geltung. Führt einen Bonusangriff gegen das Primärziel aus und fügt ihm nochmal 125% Durchdringungsschaden zu und löst Blutung aus. Entfernt einen negativen Effekt von diesem Charakter, wenn er unter negativen Effekten leidet. Entfernt einen negativen Effekt von einem zufälligen Verbündeten mit einem negativen Effekt, wenn dieser Charakter unter keinem negativen Effekt leidet. Und wiederholt diesen Bonusangriff bei 50%, 90% und 100% der Lebenspunkte. Eigentlich auch ordentlich. Wir hätten uns Red Hulk vielleicht zuletzt angucken müssen, weil jetzt alles schwach aussieht gegen Red Hulk. Aber das ist schon wirklich auch für eine Standardfähigkeit wieder eine sehr gute Fähigkeit. Die auch guten Schaden macht. 350% Schaden mit der Standardfähigkeit plus dieses Effektswitchen oder Löschen von negativen Effekten ist okay. Und wiederholt diesen Bonusangriff bei 50%, 90%, 100% der Lebenspunkte ist auch gut. Spezialfähigkeit. Schicksalshafte Entscheidung. Kostet uns 4 Energie. Erhält für 2 Runden plus Defensive und für 2 Runden plus Offensive. Erhält im Schmelztiegel. Oha, ist das ein Schmelztiegel-Team? Wusste ich nicht. War mir... Ist mir neu. Aber ist okay. Für 2 Runden Immunität im Schmelztiegel. Erhält Aufladung, wenn dieser Charakter nicht über Aufladung verfügt, überträgt die positiven Effekte dieses Charakters auf alle verheddert Verbündeten und 2 andere zufällige Verbündete, weil das Verhedderteam ist nämlich noch nicht komplett. Und ihr könnt natürlich auch Spider-Verse-Charaktere mit in das Verhedderteam tun. Da könnt ihr euch ein bisschen austoben. Heilt sich selbst und alle verheddert Verbündeten... Das hört sich auch so dumm an. Verheddert Verbündeten um 30% der maximalen Lebenspunkte dieses Charakters. Heilt 2 andere zufällige Verbündete um 10% der maximalen Lebenspunkte dieses Charakters. Also ein bisschen weniger, aber profitieren trotzdem davon. Greift das Primärziel an, fügt im... Was? Fügt im 3... Ihm. Ihm. Da fehlt das H. Fügt ihm 350% Schaden zu und führt anschließend Rückschlag-Kettenangriffe gegen 3 benachbarte Feinde aus, die 300% Schaden verursachen. Also schöner Area-of-Effekt-Angriff, der noch zu dem Ganzen dazukommt. Dieser Angriff kann auf unsichtbare Ziele überspringen. Unsichtbarkeit hilft hier also nicht. Konter unterbricht diesen Kettenangriff. Dieser Angriff ist unvermeidbar und kann nicht geblockt werden. Ist... Also macht auch gut Schaden. Auch dass er Area-of-Effekt ist mit Rückschlag-Kettenangriff. Dieses Hin- und Her ist auch gut. Machen aber viele von diesen Spider-Verse-Charakteren. Deswegen passt es, finde ich, auch gut in dieses Team hinein. Und damit kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Das ist auch eine sehr ordentliche Spezialfähigkeit. Und sie ist im Schmelztiegel gut, weil man für zwei Runden Immunität bekommt. Und Immunität ist halt auch wirklich schon ein mächtiger Buff. Alte mit Fähigkeit, Fäden des Schicksals. Braucht acht Energie. Das ist viel Energie, bis ihr das zünden könnt. Greift das Primärziel an, fügt ihm 550% Schaden zu und wendet Betäubung und Trauma an. Erhält für zwei Runden Schutz. Erhält drei Aufladungen. Erhält im Schmelztiegel stattdessen fünf Aufladungen. Okay, es ist eine mächtige Attacke. Macht halt sehr viel Schaden. Betäubt den Gegner und verpasst ihm Trauma. Das ist halt auch ein Monster-Debuff, den der Gegner dann bekommt. Plus die drei Aufladungen, die du kriegst. Und zwei Runden lang Schutz. Und im Schmelztiegel sogar fünf Aufladungen. Es ist schon eine sehr ordentliche Alte mit Fähigkeit. Aber acht Energie erscheint mir trotzdem ein bisschen viel, um sie zu zünden. Muss man mal abwarten. Aber auf den ersten Blick sieht es viel aus. Dann haben wir natürlich noch die passive Fähigkeit Meister des Schicksals beim Erscheinen. Wendet auf alle verheddert Verbündeten für zwei Runden Unsichtbarkeit an. Also direkt mal sind alle unsichtbar, die verheddert sind. Hört sich auch weird an. Wendet auf sich selbst und alle verheddert Verbündeten im Schmelztiegel Barriere an, wodurch Schaden in Höhe von 30% der maximalen Lebenspunkte dieses Charakters absorbiert wird. Wendet auf zwei zufällige Verbündete, die keine verheddert Charaktere sind im Schmelztiegel Barriere an, wodurch auch 30% Schaden absorbiert werden. Also hier gibt es keine Einschränkung. Bei dem anderen hatten wir, dass die Prozentzahl ein bisschen geringer ist. Hier ist das nicht der Fall. Wendet während der eigenen Runde auf sich selbst Barriere an, wodurch Schaden in Höhe von 15% der maximalen Lebenspunkte dieses Charakters absorbiert wird. Gewährt diesem Charakter eine Fähigkeitenenergie und füllt seine Tempoleistung um 10%, wenn er oder ein verheddert Charakter, äh Verbündeter, angegriffen wird. Okay? Okay! Also immer wenn angegriffen wird, bekommt sie halt eine Fähigkeitenenergie. Dann revidiere ich das mit den 8 Energien. Dann geht das ja ruckzuck. Und hier die 4 sind ja dann auch mega schnell wieder voll. Also jedes Mal, auch wenn ein Verbündeter angegriffen wird, kriegt man das halt. Das ist ja krass. Das ist ja wirklich krass. Aber okay. Und die Tempoleiste steigt auch um 10% bei jedem Angriff. Ist halt super schnell auch wieder dran. Könnte geil sein. Ich glaube die passive Fähigkeit ist hier ausschlaggebend, dass der Charakter richtig, richtig gut wird. Verringert die Genauigkeit von allen Feinden um 100%, solange dieser Charakter über Aufladung verfügt, verliert eine Aufladung, wenn ein Feind verfehlt. Und mit dieser Attacke bekommt ihr halt 3 Aufladungen oder 5. Und ihr habt 100%. Ihr verringert die Genauigkeit um 100%. So mehr als 100% dürfte eigentlich nicht gehen. Das heißt, eure Gegner verfehlen sowieso. Weil ihr ihre Genauigkeit nun mal senkt. Ist auch krass. Ist auch wirklich krass. Okay, aber ja. So ist es halt. Ich weiß nur nicht, ob es nur bei Angriffen ist auf Spiderweaver oder auf das ganze Team. Aber eigentlich müsste es auf das ganze Team sein. Weil verringert die Genauigkeit von allen Feinden um 100% solange Aufladung da ist. Also egal wen das Team angreift, es wird daneben hauen. Außer es gibt natürlich einen Konter oder ein spezieller Charakter, der da nicht anfällig ist oder sowas. Solche Spezialisierungen lasse ich mal außen vor. Aber an sich sind die da schon ziemlich wehrlos. Feinde, die von diesem Charakter getötet werden, können nicht wiederbelebt werden. Auch krass. Auch eine krasse Fähigkeit. Erhöht die maximalen Lebenspunkte um 40% auch von Verhedderten um 30%. Erhöht die Lebenspunkte von allen Verbündeten im Schmelztiegel zusätzlich um 10%, sodass wir im Schmelztiegel auch die 40% erreichen. Und ich würde sagen, Spider Weaver wird auch ziemlich fett. Die wird auch ziemlich fett. Das sind sehr gute Fähigkeiten. Aber ihre passive Fähigkeit ist das Beste hier. Finde ich. Ihre passive Fähigkeit wertet sie einfach so krass auf. Ähm, ja. Ich glaube, der nächste exklusive Charakter hier mit Spider Weaver wird wieder äußerst ordentlich. Spider-Man 2099. Hält statt Bio-Kontrolle Spider-Verse verheddert. Standardfähigkeit Klauenschlitzer. Greift das Premierziel an, fügt ihm 300% Schaden zu, entfernt zwei zufällige positive Effekte, wendet Minus-Defensive ein, äh, an und löst Bluting aus. Bluting ist übrigens die neue Fähigkeit und wird Blutung ab jetzt ersetzen. Springt auf ein benachbartes Ziel über, fügt ihm 200% Schaden zu, entfernt zwei positive Effekte, zufällige positive Effekte und löst ebenfalls Blutung aus. Ähm, ja. 500% Schaden, der natürlich auf zwei Charaktere verteilt wird. Bei einem kritischen Treffer im Schmelztiegel verlängert die Dauer aller negativen Effekte mit Ausnahme von Betäubung, Fähigkeiten, Block und Trauma von allen Zielen um eins und verlängert die Dauer von allen Stapeln von Blutung auf allen Zielen um eins. Solange ihr einen Critical Hit landet, auch nochmal geil im Schmelztiegel, ne? Ist auch nochmal sehr, sehr schön. Ich glaube, das wird auch ein gutes Team für den Schmelztiegel werden. Dann Schock und Staunen. Braucht nur drei Fähigkeiten Energie, wendet Fähigkeiten Block auf das Primärziel an, greift das Primärziel und benachbarte Ziele an, fügt ihnen 350% Schaden zu, wandelt plus Offensive um und löst Blutung aus. Wendet auf zwei zufällige Verbündete, die nicht über plus Offensive verfügen, für zwei Runden plus Offensive an und priorisiert dabei verhedderte Verbündete. Also ihr könnt ja auch andere Verbündete haben, aber die verheddert Verbündeten, die werden bevorzugt behandelt. Bei einem kritischen Treffer im Schmelztiegel, da sind wir schon wieder, also wenn ihr mit dieser Fähigkeit kritisch trefft, verlängert die Dauer aller negativen Effekte, das haben wir schon, ist der gleiche Effekt, ja? Beides das gleiche und dieser Angriff ist unvermeidbar und kann nicht geblockt werden. Also auch hier im Schmelztiegel wird dann wieder alles verlängert, auch sehr, sehr stark bis jetzt. Die ultimative Fähigkeit Zukunftshast braucht sieben Energie, wendet auf sich selbst und alle Verbündeten zweimal Unsterblichkeit an, wenn das Primärziel über Unsterblichkeit verfügt. Okay, also wenn das Ziel unsterblich ist, dann wendet es auch zweimal Unsterblichkeit auf sich selbst und alle Verbündeten an. Dann, zweimal natürlich, es muss ja einen Vorteil haben, greift alle Feinde an, fügt ihnen 300% Schaden zu, entfernt drei zufällige positive Effekte und wendet zwei Runden lang Verlangsamung und zwei Runden minus Defensive an, füllt die Tempoleiste von sich selbst und allen verheddert Verbündeten um 20% bei einem kritischen Treffer. Und diesmal nicht im Schmelztiegel, sondern einfach bei einem kritischen Treffer verlängert die Dauer aller negativen Effekte. Ähm, ja, das haben wir alt, ne? Ist jetzt diesmal, das zählt überall. Nicht nur im Schmelztiegel, dass alles einfach verlängert wird. Äh, sehr, sehr nice. Passive Fähigkeit, Spinne aus der Zukunft, erhält beim Erscheinen plus Tempo, wenn Spider Weaver eine Verbündete ist. Sollte kein Problem darstellen. Wandelt während der eigenen Runde einen zufälligen positiven Effekt von einem Feind in einen negativen Effekt um. Dieser Charakter erhält für jede Fähigkeit, äh, für jede aktive Fähigkeit plus 1000% Fokus, wenn er positive Effekte von Feinden entfernt. Verringert die Schadensreduktion von allen Feinden mit Blutung im Schmelztiegel um 25%, wenn Spider Weaver eine Verbündete ist. Also machen die erstmal 25% weniger Schaden, wenn ein negativer Effekt, ne, wenn Blutung aktiv ist. Erhöht die Heilung durch Lebenspunkteentzug um 20%, erhöht die Heilung durch Lebenspunkteentzug, ähm, von verheddert Verbündeten auch um 20%, erhöht den Fokus von verheddert Verbündeten und sich selbst natürlich um 50%, erhöht den Widerstand auch von allen um 50%, also immer von verheddert Verbündeten ausgehen. Und erhöht den Widerstand von allen Verbündeten im Schmelztiegel zusätzlich um 20%, ne, also hier 50%, hier 30%. Das Spielchen hatten wir ja auch schon mal, aber im Schmelztiegel steigt auch das durch diese 20% auf 50%. Ähm, Spider-Man 2099, finde ich, ist auch stark. Ist auch stark. Natürlich im Schmelztiegel noch ein bisschen besser, aber insgesamt finde ich auch den Charakter, vielleicht nicht so ein mühschlechter als Spider Weaver, aber halt immer noch stark. Und in Kombination mit diesem Verhedderteam und im Schmelztiegel am besten noch eingesetzt, ist das auch ganz, ganz großes Kino, kommen wir zu Spider-Man Noir. Auf den freue ich mich irgendwie, auf seine Fähigkeiten. Schauen wir uns mal an. Merkmale hält statt Bio-Fernkampf Spider-Verse verheddert, also ja, ändert sich nicht allzu viel. Standardfähigkeit, hoch mit ihnen. Greift das Primärziel an und fügt 300% Schaden zu, erhält Unsichtbarkeit, Chance von 50% ausweichend zu erhalten. Er hält im Schmelztiegel stattdessen immer ausweichend. So, das liest sich deutlich trockener. Ja, die Unsichtbarkeit ist natürlich nice. Wobei wir ja schon bei Red Hulk gelernt haben, ne, oder war das bei Red Hulk? Ich weiß es gar nicht. Oder war das sogar hier? Ist ja auch egal. Dass man auch, ähm, nee, das war in dem eigenen Team. Ich glaube, das war Spider-Weaver, die eben auch diesen Rückschlag-Kettenangriff auf unsichtbare Feinde, ähm, zielen kann. Beziehungsweise auch treffen kann, überspringen kann. Deswegen Unsichtbarkeit ist nicht immer krass. Es gibt auch wirklich mittlerweile unzählige Attacken, die einen trotzdem treffen, wenn man unsichtbar ist. Aber es ist ja trotzdem auch nicht schlecht, wenn man unsichtbar ist. Spezialfähigkeit Chicago Typewriter. Energiekosten 3 von 3. Greift das Primärziel an, fügt ihm 300% Durchdringungsschaden zu. 3 von 3, sag ich, ne, also 3. 3 Energiekosten. Ähm, 300% Durchdringungsschaden auf das Primärziel und löst Blutung aus. Greift den Feind an, der den meisten Schaden erlitten hat, fügt ihm 320% Durchdringungsschaden zu und löst Blutung aus. Füllt die Tempoleiste dieses Charakters um 50%, wenn das Primärziel unter keinem negativen Effekt leidet. Also wenn es keinen negativen Effekt hat, dann einfach mal die Hälfte der Tempoleiste wieder, ähm, ja, wieder aufgefüllt. Von Spider Noir, Spider-Man Noir. Auch ne gute Fähigkeit, macht ordentlich Schaden. Greift den Feind mit den geringsten Schaden dann auch nochmal an. Ähm, beziehungsweise, ne, nicht den geringsten Schaden, sondern der, der am meisten Schaden erlitten hat. Wird nochmal mit 320% Durchdringungsschaden extra angegriffen. Kriegt auch nochmal Blutung. Spezialfähigkeit Chicago Typewriter. Sehr nice. Alte mit Fähigkeit. Bleiregen. Da benutzt er doch bestimmt seine Tommy Gun. Fünf Energiekosten. Greift das Primärziel an, fügt ihm 350% Durchdringungsschaden zu, löst dreimal Blutung aus und wendet für eine Runde Heilblockade an. Diese eine Runde kann natürlich verlängert werden, durch die anderen Charaktere. Greift benachbarte Ziele an, fügt ihnen 300% Durchdringungsschaden zu, löst zweimal Blutung aus und wendet ebenfalls eine Runde Heilblockade an. Wendet auf das Primärziel für zwei Runden zerrüttet an, wenn dieser Charakter über Unsichtbarkeit verfügt. Könnte natürlich passieren, wenn ihr zuerst die Spezialfähigkeit zündet. Äh, gar nicht. Wenn ihr zuerst die Standardfähigkeit zündet, dann werdet ihr schon unsichtbar. Darauf folgend die Ultimatefähigkeit, dann bekommt man nochmal 2% Zerrüttet auf das Primärziel. Ist sehr nett. Und Zerrüttet ist auch ein sehr, sehr guter Debuff. Passive Fähigkeit, Monochrombedrohung. Oder monochrome Bedrohung. Erhält beim Erscheinen im Schmelztiegel einmalige Wiederbelebung mit 50% der maximalen Lebenspunkte dieses Charakters, wenn die Lebenspunkte zu Beginn des Kampfes voll sind. Und das sollten sie beim Schmelztiegel eigentlich. Außer, natürlich, ihr stellt das Team in die Verteidigung. Dann nicht. Aber wenn ihr angreift, dann sowieso. Und dann belebt man sich halt einmal mit 50% wieder. Äh, die Angriffe dieses Charakters fügen Hydra und Swarm-Feinden zusätzlich 50% Schaden zu. Warum? Warum denn Swarm? Verstehe ich nicht. Aber wird schon seinen Grund haben. Hydra und Swarm-Feinde bekommen einfach mal mehr Probleme. Füllt die Tempoleiste dieses Charakters um 10%, wenn ein Feind einen positiven Effekt erhält. Also, selbst wenn der Gegner sich bufft, dann zumindest ist es für Spider-Man Noir gar nicht so schlimm, weil er dann schneller drankommt. Erhöht den Schaden um 15%, erhöht den Schaden von verheddert Verbündeten um 15%, erhöht den Schaden von Spider-Verse. Hier wird exklusiv auch von Spider-Verse gesprochen. Verbündeten, bei denen es sich um keine verhedderten Charaktere handelt. Im Schmelztiegel auch 15%, wenn Spider-Weaver aber eine Verbündete ist. Ja, dann gibt es auch für die anderen Spider-Verse Charaktere 15% mehr Schaden, genauso wie für die verheddert Charaktere. Und damit sind wir durch mit Spider-Man Noir und mit unserem Charakter-Check. Und Spider-Man Noir finde ich auch ganz gut, liest sich aber am schwächsten von allen. Aber, come on, dafür sieht er am coolsten von allen aus. Also, Style, Top-Notch. Leider seine Fähigkeiten nicht ganz auf dem Level der anderen. In Kombination mit dem Verhedderteam glaube ich aber, dass auch Spider-Man Noir sehr gut abgehen wird. Auch im Schmelztiegel. Und ich freue mich auch drauf. Das sind gute Charaktere. Red Hulk ist natürlich ein Übercharakter. Darf man jetzt auch nicht mit den normalen Charakteren vergleichen. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Schmelztiegel-Team. Und dann sind wir auch schon hier bei Schmelztiegel Season 1. Das ist glaube ich hier die erste Season. Was wir hier die ganze Zeit machen, sind ja nur so Vorab-Matches. Am 15. September. Wenn ihr das Video seht, ist es tatsächlich mal noch nicht so weit. Wird es die erste, ja die erste kosmische Saison sozusagen geben. Das ist auch nochmal neu. Und ja, da könnt ihr euch alles durchlesen. Habt ihr wahrscheinlich sowieso schon längst getan. Auf jeden Fall startet diese Schmelztiegel Season am 15. September. Ihr werdet aber noch nicht in den Genuss von diesen ganzen Spider-Charakteren kommen. Denn bis zum 15. September werden die never ever mit ihren ganzen Events ins Spiel kommen. Und ansonsten globale Regeln. Ja, da müsst ihr, es gehört halt alles noch zum Schmelztiegel. Neue Regeln für die Räume, ganzen Event-Zeug. Wie gesagt, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Das ist nicht ganz so wichtig. Da ist halt sehr transparent. Ich finde es auch gut, dass sie das so auflisten. Dass es so transparent gehalten wird. Bevorzuge ich, sollten sich einige Spiele mal eine Scheibe von abschneiden. Dass sie so eine Transparenz für die Community darstellen. Ist auf jeden Fall ein guter Schritt, dass sie das jetzt schon seit einigen Wochen oder Monaten sogar schon so auflisten. Aber das soll es gewesen sein für dieses Video. Diesmal nicht in-game. Mal gucken, was wir beim nächsten Mal machen. Es sind auf jeden Fall wieder einige schöne Charaktere angekündigt. Auch wenn es noch ein bisschen dauern wird. Die Schmelztiegel-Saison. Die allererste richtige Schmelztiegel-Saison steht an. Das heißt, ihr könnt jetzt sogar noch einmal ein bisschen Schmelztiegel zocken. Ein bisschen testen. Eure Aufstellung vielleicht nochmal anpassen. Eure Angriffsteams nochmal wählen. Und ja, wie gesagt, ein wunderschönes Wochenende gewünscht. Und Rindiehauen, vielen Dank fürs Zuschauen natürlich auch. Rindiehauen, bis zum nächsten Mal. Rindiehauen, bis zum nächsten Mal.